Heute haben wir nochmal ein ganz tolles Thema für euch und zwar geht es um Liedinspirationen zum Auszug aus der Kirche. Ich habe euch schon im vorigen Video mit der lieben Jana ein paar Inspirationstipps gegeben für Lieder zum Einzug in die Kirche für euch. Und ja, jetzt wollten wir nochmal drüber sprechen, was man denn zum Auszug spielen kann, was denn da passt. Ja, was hast du uns für Tipps, Jana? Also, ich würde sagen, ein Klassiker ist wahrscheinlich Oh, Happy Day. Ja, von den meisten. Genau, also von wem das genau ist, weiß ich gar nicht. Es ist ein Gospel-Song, es wurde von so vielen interpretiert, aber es kennt ja jeder. Oder Happy von Pharrell Williams. Florence und The Machine haben auch ein ganz tolles Lied gemacht und zwar You've Got The Love. Das ist auch ganz, ganz wunderschön. Rule the world who take the ad. Ja, das ist so ein Moment, was mir einfällt. Also gibt es natürlich ganz, ganz viele und die Hochzeitssängerinnen und Sänger gehen natürlich sicher gerne auch auf eure Wünsche ein. Ja, denke ich auch. Ja, cool. Danke dir vielmals. Ganz, ganz tolle Tipps. Schreibt mir doch bitte in eure Kommentare, was ihr denn so euch für Leder zum Auszug ausgesucht habt. Ich bin gespannt und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.